Dann die 7 Uhr in Richtung Würzburg, zwischen Elbang und dem 4-Grundtunnel, 8 Kilometer. Wenn ihr in der Gegenrichtung unterwegs seid, zwischen Dinkelspiel-Fichtenau und dem 4-Grundtunnel, dann sind es da aktuell 9 und cool sind die Hauptstadt, die A100, wenn ihr Richtung Neukölln vor dem Inns-Uker-Platz, da 4 Kilometer Stauaktunnel. Und das war's von mir. Wenn ihr Ergänzungen habt, will euch rufen kostenlos 08.991. Oh, okay. Oh, okay. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.